Spaß, der heißt Bishoy Abdel Malak, schönen Gruß wieder zurück Habibi, danke schön, dass du mir geschrieben hast, dann geht es noch einer, der schreibt, ja Bruder, grüß mich, dein Bruder Joel Cara, hey Joel, Bruder aus Karlsruhe und du sollst sagen, dass ich finde, dass du ein cooler Typ bist, danke schön Habibi und Potenzial hast, mal groß rauszukommen, danke, danke Bruder Joel Cara, wir sehen uns wahrscheinlich irgendwann mal wieder in deiner schönen Stadt, ja, mal vergessen, aber egal, Karlsruhe. Auf jeden Fall, dann hat noch einer geschrieben, ich nenne ihn Tati-G-G-G, haha, du musst nichts sagen, ich bin derjenige, die dir Danke sagen muss, egal, ob ich schlechte Laune habe oder ob es mir nicht gut geht, mit deinen Videos verbesserst du immer mir immer die Laune. Wala, wie kann ich mich drehen? Walla, hast du schön geschrieben, dankeschön, freut mich zu hören und ja, cool schönen Grüß zurück an dich, an Tati-G und ja Walla, das motiviert mich, das merkt schon gerade, ich bin schon über eine Minute und ich kann sorry, kann ich das nicht online stellen, deswegen mache ich das immer so kurze Dingsbums, keine Ahnung was ich labere, egal, ich mache denen jetzt den nächsten, der heißt Football-TV 288, sag mal bitte, ich grüße Hassan, Hassan, ich grüße dich Habibi, Hassan, schöne Grüße, zurück Hassan Hassan, ja, dann grüße ich noch Sabi Dein Name ich so, was soll ich grüßen, die so, du bist ein toller Mensch, wirklich und hast deinen Erfolg verdient, oh, dankeschön Dein Name ist cool, aber ich kann sie nicht aussprechen und dann, einer schreibt, Salam Aleikum, Achis, Salam Aleikum Bruder, Amjad, komme die beste Walla, ich so, Walla, zurück Walla und, ähm, ja, schöne Grüße an Islami Feja Wettat Islami hört sich an wie Salami, aber ist gut gut, Bruder aber das war Haram, egal auf jeden Fall, ähm, schönen Gruß an ähm, r.pl pl14 ähm, okay, nice echt oder nicht, keine Ahnung er heißt Elias, Elias, ich stelle dir auch schöne Grüße danke, schön zurück, wieder zurück ähm, äh, kannst du mich grüßen und sagen, dass ich der Beste bin und die mich alle folgen müssen Almir, what else habt ihr schon gehört, ne, er hat gesagt, ich schrieb, ihr sollt ihnen alle folgen Almir, what else ja, ich tue auch die Screenshots gleich alle mal nach, hier im Video, glaube ich, hoffe ich rein, dass ich die noch irgendwo reinpacken kann äh, das Video wird schon richtig lang auf ihr, Samir unterstrich 069 ja, ich, ähm er schreibt mir Aywa ich so, ja, was soll ich denn sagen, er so, abonniere mich mal ich hab direkt geschrieben, nö und, ähm, ja also, Abusainak, ähm, schöne Grüße an Samir Bentaleb Samir, schöne Grüße zurück, Bruder wenn du kannst, mach El Majduli auch dazu, ich hab El Majduli auch noch dazu gemacht, Bruder ich mach, ich stelle alle, ich kann auch deine, ich kann alle Familie grüßen, wenn du willst Abdelhadi, Mahmoud, Mustafa alle weißt du? also Samir unterstrich 069 aber ich tue Screenshots gleich wieder rein ähm Khaled Atiyah Habibi, grüß mich, Habibi gerne grüße ich dich, Habibi Khaled, schöne Grüße zurück danke schön, dass du mir geschrieben hast ähm ja, darf ich gegrüßt werden? natürlich darfst du gegrüßt werden ähm dass mir alle folgen sollen natürlich Spaß hat er geschrieben, nein ähm, dass ich ein aktiver Fan bin und so weiter danke Habibi Omran King123 nein, du bist der richtige King, Bruder du bist King und dann einfach Yousef hat mir geschrieben grüß mich, bin auch Araber Ägypter gerne einfach grüßen ich grüße dich einfach, Bruder einfach unterstrich nur Yousef unterstrich ich grüße dich dann habe ich noch hier wer ist das? salva unterstrich sauce unterstrich kannst du mich bitte grüßen ich liebe deine Videos und deinen Humor mega nett dankeschön für deinen Kommentar ähm nochmal grüß so at salva minus dingsbums ja und ähm viele wundern sich dass ich immer antworte ja ich antworte normal wenn ich Zeit habe antworte ich gerne und ich mach das auch gerne ist kein Problem ich merke schon grad vier Minuten Alter ich fick mein Video ich darf nicht solche Wörter sagen nein ihr macht mein das Video wird voll cool ich merke das ja grad wie ich voll abgehe so der nächste ist md-user der schreibt ich liebe dich habib ich liebe dich auch md- der schreibt ich liebe dich ich liebe dich auch Bruder ähm vielleicht war das eine Schwester egal ich liebe dich nicht und ähm p-taha minus unterstrich s schreib was du willst mir egal ähm ja du hast ein Yu-Gi-Ho-Foto Bild oder irgendwie so von Cartoon von hier keine Ahnung guck mal dein Bild aber egal screech er wieder rein ähm md-user hat mir geschrieben der hat mich schon wieder geschrieben achso danke das wäre toll ähm wieso brauchst du nichts zu sagen ich liebe deinen Auftritt besonders deinen ersten Auftritt bei Nightwatch dankeschön habt ihr meinen Nightwatch Auftritt gesehen nicht dann guckt euch den mal an auf YouTube es gibt voll viele Auftritte von mir bei Nightwatch bei R.E.D. so egal ähm ich soll jetzt von PH-Taha grüßen äh ich soll Kiki grüßen Kiki und Tane ne Taha grüßen Kiki und Taha grüße ich nochmal alles klar Bruder ich hab's verstanden dankeschön ich grüße es jetzt hab ich das gesehen ja nächster geht's weiter ähm it's x Kiki heißt die grüß mich und meine best FF Sarah PS deine Videos sind voll nice dankeschön freut mich sehr ich hoffe das gefällt euch ich mach die Tage jetzt ein paar Videos mehr ich wollte so ein bisschen so Shape of your father habe ich machen so die neue Version von khush fi tizi kennt ihr wala das Video wird schon killer dann hier Alusa 3007 ähm die schreibt mir gerne vielleicht etwas wir danken dir für deinen Support ich danke euch für meinen Support ich danke dir für deinen Support dass ich ähm Libanese du bist Libanese die ist Libanese und die feiert ähm meine Seite und ähm Libanon ist das beste Land ja ahla 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 Libanon ähm genau schöne Grüße an Alusa 3007 ähm Hamudi iii x1 schreibt mir ich bin Araber kannst du bitte in deiner Story meine Seite posten Volzokkar HD 01 habe ich gemacht Bruder ne ich tue gleich egal jetzt ja kannst du mich meine Seite erwähnen dass die folgen sollen als Werbung hätte wäre nett Habibi bist der beste ja folgt die Seite islam.mein unterstrich leben punkt unterstrich kein Problem Bruder mache ich gerne ähm Ömer unterstrich 379 ähm ha grüß mich haha ich bin pakistana kein Ende heute kann badeh oder 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 badeh so wie für die Deutschen sind wir alle Türken Tarek unterstrich 3 ne 9 3 6 ähm schönen Gruß Habibi ähm ich soll Tarek folgen und ähm er küsst meine Fußzehe ne ich glaub den würdest du nicht küssen mal ähm ja ok dann haben wir den Tarek wieder ähm typisch Furkan Furkan geht mal auf seine Seite Furkan ist der beste Entertainer hat er geschrieben kein Problem du bist der beste Entertainer Bruder Furkan ähm rima.s.f ähm hey ho ähm die hat irgendwas auf Arabisch geschrieben soll ich schreiben ahla ta'ji la rima hab ich ähm ok ich kann nicht diese Zahlen lesen was sie da schreiben aber ich tue mal Screen ähm dxni55 schöne Grüße an dxxi Grüße an Liridon oh ich kann geworben das ist bestimmt Alvaner Liridon Valon Balon alle so gleich ähm Liridon schöne Grüße ähm Maxida ne Maixda wenn du dich für mich entscheidest dann grüß mich so grüße geht raus an die Maxida Maida thanks wäre nett musst aber nicht zwingen dich nett natürlich mache ich das ich hab dich doch jetzt gerade gegrüßt Maixda na gut ok wen haben wir hier noch Alvan Maskerjai hey Amjit äh Bruder falls du mich grüßen kannst oder willst sag einfach was geht Alvan aber auch Donald Duck Stimme wäre mega hey Alvan was mega du bist der beste Bruder what's up ups das wollte ich nicht sagen nein du weißt was ich meine tamtam unterstrich entertainment würdest du mich grüßen wollen bitte und mich verlinken ne und nein Quatsch ich tu dir einfach Screenshots gleich einfach rein ähm Nani unterstrich Emin egal was aber nicht was mich die vierte Repression versetzen kann Spaß mein Spitzname ist Nani Nani schöne Grüße und äh ich hoffe du hast jetzt das ganze Video dir angeguckt und hast erst jetzt festgestellt dass ich dich jetzt erst grüße und ähm ich hoffe die Zeit hat sich gelohnt und ähm ja wir sehen uns irgendwann mal auf der Bühne Jason Medi mein Kollege ich grüße dich Bruder schöne Grüße gehen an Abdu der Birra Afghane und Eschan Kosa sein Zwillingsbruder der sieht eins zu eins wie Eschan Kosa Jason Medi Habibi schönen Gruß zurück Jan Preuß an Jan Preuß Jan Preuß Jan Preuß ist der beste Comedian der Welt jeder muss ihm folgen ich liebe diesen Kerl hat er hier geschreibt ähm er unterstrich goodboys goodboys goner 23 ähm der schreibt zu mir du bist der beste Grüß Wien und meine arabische Gang hier danke und khush fit tisi khush fit tisi geiles heißt Florian welcher Albaner heißt Florian Alter Florian ey das war's das waren alle ich hab alle gegrüßt ey ich wünsch euch das waren 10 Minuten ich bring mich um 10 Minuten für euch ich hoffe es gefällt euch wir sehen uns das nächste Mal und danke für euren Support Jalla Habibi khush fitisi